Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für echte Gulaschsuppe. Die echte Gulaschsuppe ist ein Gericht mit langer Tradition. Die Ursprünge des Gulaschs reichen bis ins Mittelalter zurück, es wurde von den ungarischen Hirten am offenen Feuer zubereitet und hatte damals noch keine Paprika als Bestandteil. Gulasch war damals eine einfache Suppe aus geröstetem Fleisch und Zwiebeln. Die Gulaschsuppe kam in Deutschland vermutlich erst Ende des 19. Jahrhunderts mit modernen Kochherden für die Armee auf. Dies begründete die volkstümliche Bezeichnung Gulaschkanone, ein Ausdruck aus der Soldatensprache, der seit dem Ersten Weltkrieg belegt ist. Für zwölf Portionen werden folgende Zutaten benötigt. Acht Zwiebeln, geriebene Knoblauchzehe, 500 Gramm Rindergulasch, würfelgroße Stücke, Liter Rinderbrühe oder Würfelbrühe, zwei bis drei Prise Cayennepfeffer, zwei Esslöffel edelsüßer Paprikapulver, ein Teelöffel zerstoßener Kümmel, ein halber Teelöffel Majoran, ein Teelöffel Salz, drei geschälte und gewürfelte Kartoffeln, zwei in dünne Streifen geschnittene Paprikaschoten, vier geschälte und gewürfelte Tomaten, vier Esslöffel Tomatenmark oder ein Fertigprodukt aus dem Handel, ein 100 Milliliter trockener Rotwein, Sauerrahm oder Creme Fresh. Folgende Utensilien werden benötigt. Messer, Schneidebrett, Schüsseln, Hortopf. Zubereitung Die Zwiebel pellen und würfeln, den Knoblauch pellen und reiben. Das Fleisch in kleine Würfel schneiden. Fett in einem großen Topf erhitzen. Erst die Zwiebel andünsten, Knoblauch erst zugeben, wenn die Zwiebeln beginnen Farbe anzunehmen. Zwiebeln goldbraun braten, dann in eine zweite Schüssel geben. Fleisch im verbliebenen Zwiebelfett scharf anbraten. Zwiebel, Cayennepfeffer, Paprikapulver, Kümmel, Majoran und Salz zum Fleisch geben, mit Fleischbrühe auffüllen. Alles eine Stunde zugedeckt köcheln lassen. Dann die Kartoffelwürfel, Paprikastreifen, Tomatenwürfel und Tomatenmark zugeben, durchrühren und weitere 25 Minuten köcheln lassen. Die Suppe vom Herd nehmen, Rotwein unterrühren und gegebenenfalls nachwürzen, Salz, mindestens vier Stunden ruhen lassen, mit einem Klecks saurer Sahne oder Creme fraîche servieren. Als Beilagen eignen sich dazu Weißbrot oder Brötchen und ein gutes Bier. Diese Varianten gibt es zusätzlich mit Rosenpaprika würzen. An die Kinder denken, den Rotwein einfach weglassen. Weitere leckere Rezepte rund um Gulasch. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!